Drittliga-Spitzenspiel Duisburg gegen Magdeburg am Freitag. Beginn der zweiten Halbzeit, Pyrotechnik im Stadion. Szenen, die sich an fast jedem Wochenende deutschlandweit wiederholen. Der Aufwand der Polizei, Spiele und Hochsicherheitsspiele abzusichern, ist immens. Ohne massive Polizeipräsenz wären viele Fußballspiele nicht durchführbar und mitunter wohl auch nicht zu verantworten. Andreas Hüttl vertritt als Rechtsanwalt seit Jahren die Fanseite. Der Anwalt aus Hannover ist ein vielgefragter Experte und ein großer Kritiker der Fan-Überwachung. Diese gehe entschieden zu weit, sagte er jetzt auf einer Podiumsdiskussion in der Stadtbibliothek Magdeburg vor zahlreichen Fans. Wenn ich ein Länderspiel besuchen möchte, mich erst registrieren lassen muss im Fanclub der Nationalmannschaft, meine Daten dahinter lege, damit ich überhaupt eine Karte bekomme für ein DFB-Länderspiel, ich muss dafür Daten hergeben. Und was der DFB zum Beispiel damit macht mit diesen Daten, weiß kein Mensch. Werden die im Vorfeld der WM 2018 in Russland an russische Behörden weitergegeben? Man weiß es nicht. Im Innenministerium von Nordrhein-Westfalen wird seit 1994 die Datei Gewalttäter Sport geführt. 11.000 Fans sind in ihr derzeit deutschlandweit offiziell registriert. Andreas Hüttl spricht von teilweise bis zu 15.000 registrierten Fans. In Sachsen-Anhalt gab es eine Datei bis zum März 2016 im Bereich Halle, erklärt Andreas Hüttl. Diese wurde dann aber offiziell geschlossen. Das Problem, ein Fan muss nicht unbedingt gewalttätig sein, um in diese Datei aufgenommen zu werden. Neben Beschuldigten und Verurteilten kann man auch als eher harmloser Fan in ihr landen. Die gespeichert werden über Größe, Alter, Arbeitgeber, Pkw, der gefahren wird, Handynummer, die Schuhgröße, ein Dialekt, eine Stellung in der Ultragruppe. Bis zu 50 Kriterien können erfüllt sein. Die gespeichert werden pro Person. Dann gibt es immer noch Freifelder, wo jeder Beamte eintragen kann, was er will. Also das ist an der Totalüberwachung schon ziemlich nah dran. Das wird jetzt auch von der Politik kritisiert. 39 Anfragen von Parlamentariern wurden inzwischen an die zuständige Stelle in Nordrhein-Westfalen.